ich weiß nicht ob ihr das hört aber ich bin so 100 meter entfernt von zu hause man hört eigentlich saffierwein hört ihr okay jetzt nicht mehr genau das zeigen wir nicht mehr digger kennen sie den vorführungseffekt da gucken ob sie noch weint nein es hat hier alles gut ich will ein neues system einführen damit ich auch die leute die aktiv sind belohnen also ab jetzt jedes mal ein video online kommt gibt es die ersten 30 minuten und in diesen 30 minuten werde ich in abstand von zehn minuten je immer ein amazon gutschau und einen kommentar posten das heißt ihr müsst sehr aktiv sein und selbst wenn ich den kommentar poste digger und dass ein anderer sieht dann hast du Arschkörper das heißt du musst aktiver sein als ein aktiver spitzer das nächste video ist circa eine halbe stunde online und da gibt es jetzt dreimal 25 euro okay und das wir das jetzt bei jedem video auf neues gehen am anfang damit ihr auch was davon habt dass ihr mich supportet weil es gewinnen meist die leute im video und sehr viele die nicht im video sind kriegen nichts so kriegen wenigstens ein paar was deswegen ab heute gibt es die aktiven spitz brüder es wird auf jeden fall dick fett auf dich gegessen wir haben deine kreditkarte weil du ein guter mensch bist weil du voll korrekt bist euer beste spiel man ich habe bis jetzt diesen setup gemacht damit ab morgens stream streams losgehen kann ich dachte ich schaffe heute aber es war wirklich mehr als ich dachte hier steht auch ein musikstudio